Willkommen im Grimm-Zentrum. Im Foyer der Bibliothek finden Sie unter anderem die Infotheke und die Garderobe. Bitte schließen Sie Ihre persönlichen Gegenstände ein. Nutzen Sie dazu ein Vorhängeschloss. Falls Sie keins dabei haben, erhalten Sie ein Vorhängeschloss auch in unserem Automaten hinter der Cafeteria. Für Auskünfte jeder Art stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte nutzen Sie eine durchsichtige Tragetasche. Unsere BIP-Taschen sind ebenfalls im Automaten erhältlich. Wasser darf nur in durchsichtigen Flaschen in den Innenbereich der Bibliothek mitgenommen werden. Um einen Nutzerausweis an der Ausleihtheke zu erhalten, benötigen Sie eine vollständige Online-Registrierung, eine Anmeldekarte und Ihren Personalausweis. Orientieren Sie sich mit Hilfe der Etagenpläne. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Grimm-Zentrum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020